Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 9. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1020 und heute habe ich die folgenden vielen Themen für euch aufbereitet. Stadia, Audiobiografien, iCloud Plus, Siri, AirPods, Private Relay, Universal Control und Glasfaser. Ja, es gibt noch das eine oder andere Aufzuschaffen von der WWDC und ich bin mir sicher, wie ja schon in der Apple WWDC Sonderfolge angekündigt, dass diese Woche noch das eine oder andere Thema kommen wird. Auch freue ich mich schon heute Abend, mich mit dem Achim und dem Mike auszutauschen über die Neuigkeiten in der Geek Talk News Folge, die dann in den nächsten Tagen in eure Podcatcher wandelt, sofern ihr das Format natürlich abonniert habt. Aber beginnen wir jetzt mit der ersten Neuigkeit. Lange, lange, lange haben wir darauf warten dürfen, über ein Jahr. Google Stadia startet ab sofort oder sagen wir es mal so bald für Android TV und Google TV. Das heisst, ab dem 23. Juni könnt ihr, wenn ihr ein kompatibles Gerät besitzt, die App auch auf euren TV spielen und bekommt damit eine Gaming-Konsole, ohne dass ihr das Chromecast-Gadget hinten dran hängen musstet oder ähnliche Geschichten. Doch wer ist mit dabei? Philips, Nvidia, Xiaomi, Hisense und ein paar andere Hersteller. Ihr seht es, viele chinesische oder mehrere chinesische Anbieter. Wichtig hier ist zu beachten, auch wenn die Marken genannt wurden, es sind nur gewisse Modelle kompatibel. Und dann kommt noch dazu, dass diejenigen, die das tun, zuerst mal ein bisschen Beta-Tester spielen dürfen, weil es ist noch nicht ganz so ausgereift, wie man es gerne hätte. Und somit, ja, schade. Oder von Vorteil, wenn euer Gerät nicht mit dabei ist, dann doch lieber mit dem Chromecast hinten am Fernsehen und dann so spielen. Dann habe ich euch einen kleinen Hinweis, da, wo es ein bisschen ernster wird. Eine Audiobiografien für todkranke Eltern. Es wird von einem Verein für Hörschatz, der sucht aktuell Geldspenderinnen, die sich beteiligen möchten. Vor allem hier wahrscheinlich aus der Schweiz gehe ich mal davon aus. Und die suchen, wie gesagt, Geld, um ein Projekt zu verwirklichen. Und zwar geht es darum, um Eltern, die eine tödliche Krankheit haben und ihren Kindern etwas zugute hinterlegen wollen in auditiver Form. Also quasi eine Art Podcast-Audio-Aufnahmengeschichten, womit dann die Kinder später ein bisschen was auf den Weg bekommen. Ich finde die Idee so toll und möchte es deshalb hier unterstützen. Und falls der eine oder andere ein bisschen was übrig hat, da man ja aktuell nicht in die Ferien kann etc., solltet ihr euch das Ganze mal anschauen. Ab Schweizer Franken 50 ist man schon mit dabei. Link wählen wir natürlich auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. Dann geht es weiter mit Technikneuigkeiten. Und jetzt kommen ein paar Apple-Themen. Bis zum Schluss es dann noch eine kleine Podcast-Empfehlung gibt. Die iCloud Plus, was Apple ja vorgestellt hat, die aufgebohrte iCloud. Was kommt da alles mit rein? Es gibt eine Möglichkeit, um, wenn man irgendwann dann nicht mehr auf dieser Erde weilt, den nachfolgenden Personen den Account weiter zu vermachen, sodass die da noch Daten rausnehmen können, gewisse Dinge einstellen etc. Das war auch nötig und finde ich gut, dass Apple das Ganze umgesetzt hat. Dann hat Apple, und da komme ich nachher noch dazu, eine Art VPN eingeführt oder wird es einführen. Die Möglichkeit mit der versteckten E-Mail-Adresse und der HomeKit Secure Video-Geschichte habe ich ja auch schon genannt. Was aber jetzt noch neu mit rausgekommen ist, und das finde ich ganz toll, wenn eure iCloud fast voll ist und ihr ein neues Gerät aufsetzen möchtet, ihr vorab noch ein Backup fahren möchtet und da keinen Speicher mehr habt. Apple erlaubt es euch jetzt, da ein bisschen über das Kontingent zu gehen und temporär das Ganze ein bisschen zu expandieren, so dass ihr eben ein Backup machen könnt, was dann nach drei Wochen wieder gelöscht wird. Das finde ich sehr, sehr praktisch, weil es gibt es ja immer wieder mal, dass man da zu einem gewissen Engpass kommt und nicht einfach wegen, ja, jetzt einem Monat das iCloud-Package upgraden möchte. Finde ich toll. Dann geht es weiter mit Siri. Ich habe ja schon ganz kurz angestreift, dass Siri eine Offline-Funktion bekommt, doch nicht nur das, also eben gewisse Funktionen können direkt und ohne Internetverbindung gemacht werden. Nein, Apple öffnet sich auch für Drittanbieter, was heisst, dass es eine MFI-Zertifizierung geben wird, womit dann auch andere Hersteller Siri in ihre Gadgets integrieren können. Also analog, wie es Google oder eben dann auch, oder vor allem auch Alexa tut, die ja fast überall mit drin sind. Ich bin da mal gespannt, wie schnell das da Hersteller drauf aufspringen werden. Auch habe ich ganz kurz angestreift, dass es Apple AirPods-Neuigkeiten gibt, deren sind es übrigens 15 an der Zahl. Neben Dolby Atmos und der ganzen Spatial-Audio-Geschichte kommt auch noch Möglichkeiten von Background-Geräuschen unterdrücken etc. Oder noch besser unterdrücken, Conversation-Boost und Announce-Notification. Alles Möglichkeiten, die ihr bald schon, also dann ab Herbst mit dem nächsten Update mit iOS 15 in eure Ohren spendiert bekommt. Dann gab es ein Interview mit Craig Fragerigi zum Thema Private Relay, eben dem vorher schon kurz angesprochenen VPN-Service aus dem Hause Apple. Und er hat da ein bisschen erzählt, wie das Ganze funktioniert. Und im Gegensatz zu anderen VPN-Diensten hat hier das Ganze der Vorteil, dass auch Apple nicht weiss, wohin das ihr telefoniert. Da haben sie sich bewusst aussen vorgenommen, um eben die Möglichkeit und den Schutz ganz hoch zu setzen. Dual-Hop-Architektur nennt sich das Ganze, weil bei vielen dieser VPN-Dienste habt ihr zwar eine Verschleierung, aber wenn dann irgendjemand bei denen anfragt, gerichtliche Natur und ähnliches, kann man oder gibt der Hersteller dann das doch wieder raus. Und bei gewissen Herstellern, da muss man immer ein bisschen aufpassen und denen auch vertrauen können oder wollen, die sammeln die Daten auch extra und machen da Auswertungen und keine Ahnung was. Auch habe ich euch während der WWDC-Folge von Universal Control erzählt. Und da hatte ich ja die Bedenken, dass das vielleicht nur bei Mac und iPads mit M1-Prozessoren funktionieren wird. Dem ist zum Glück nicht so, aber dennoch, es müssen Geräte aktuell der Natur sein. Eine Liste, was dazu gehört. MacBook Pro, MacBook Normal ab 2016, beim Air ist ab 2018, bei den iMacs ab 2017 und was haben wir denn? iPad Pro Air und iPad der sechsten Generation sowie das Mini ab der fünften Generation. Die können das alles, sofern Bluetooth-WLAN-Handoff aktiviert ist und sie sich nicht mehr als zehn Meter auseinander befinden. Voilà, das waren es die Nachträge, die ich noch hatte. Und dann habe ich einen kleinen Hinweis auf eine Sonderfolge, die im Geek Talk, im Mutterformat heute erschienen ist, oder besser gesagt gestern. Da geht es um das Thema Glasfaser, was das ist, woher das kommt und wohin das noch geht und ob das DSL ersetzen wird und so weiter. Wer mag, auch dazu ist der Link natürlich in den Shownotes mit drin oder im Podcatcher eures Vertrauens zu finden. Ich wünsche euch viel Spass damit, euch vorher aber noch einen guten und schönen Start in den Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.